Es ist total wichtig, dass die Digitalisierung noch schneller vorangeht, damit NRW weiter durchstarten kann. Es muss möglich sein, dass jeder Kfz-Antrag oder auch ein Bauantrag ganz schnell online abzuwickeln ist. Denn wir Firmen wollen leisten für unsere Kunden und darauf wollen wir uns konzentrieren. Im Bereich der Umwelttechnik sind deutsche Unternehmen weltweit führend. Damit das so bleibt, ist es wichtig, dass Umweltpolitik technologieoffen gestaltet wird. Wenn wir Raum für Innovationen haben, kann Nordrhein-Westfalen weiter durchstarten. Darüber hinaus aber benötigen wir sichere Energie. Als Familienunternehmen denken wir langfristig. Deswegen bilden wir aus und bieten zukunftsfähige Arbeitsplätze. Um weiter durchzustarten, müssen wir unsere Fachkräfte aktivieren. NRW hat alles. Wettbewerbsfähige Industrie, fitte Handwerksbetriebe, viele Familienunternehmen und Weltmarktführer. Damit NRW weiter durchstarten kann, brauchen wir gute Bildung mit starken Berufsschulen und digitalen Angeboten. Wenn wir eine Untertitelung vINき ESSERGID~! Untertitelung des ZDF, 2020